Yo Leute, was geht? Wir sind wieder zurück bei Isaac und wir versuchen diesmal die Challenge nochmal, nachdem wir die andere ein bisschen, ein bisschen verkackt haben. Und zwar total. Und ja, was soll man da mal noch sagen, ne? War halt scheiße mit NG, der alten Nassau, ey. Der hat uns halt ein bisschen kaputt gespielt, sag ich mal. Pretty Fly, okay? Nicht schlecht. Ähm, ich denke, dieser One sollte jetzt hoffentlich besser nochmal Pretty Fly. Helfer, sauber Mann, was geht jetzt dabei? Spiel, du magst uns wohl auf einmal. Ein Sekündchen, Mann. So, okay. Lalalala, gehen wir hier lang? Oh, komm. Na, warte, warte, warte. Wir sprengen uns da rein, weil hier wird irgendwo der Geim rum sein. Verlange ich jetzt einfach mal und denke, dass das richtig ist. Nee, das... Oh nein. Vergiss es, Alter. Vergiss es. Haben wir überhaupt genug Geld für den Shop? Nee, und solange wir uns nicht genug Geld haben, werde ich da auch nicht reingehen. Vor allem, da wir noch nicht mal einen Schlüssel haben, weißt du? Was ist das schon wieder mit unseren Herzen, Alter? Wir haben schon wieder eineinhalb Herzen verloren. Was ist da los? Boah, geil. Echt jetzt. Nein, verdammt. Oh, okay, okay. Wir können den One-Clash neu starten, ey. Den Boss packe ich mit Low-Life nicht. Den packe ich schon mit Home-Life fast nicht, also... Das ist einfach... Das geht nicht. Ich kann den Boss nicht... Ich kann den Boss gar nicht ab, ey. Lol. Ah, okay. Alter, fast in die Pfütze reingetreten. Wir haben kein Geld mehr. Wir gehen einfach nach Nix-Dem-Wie-Kommen, ey. Jetzt haben wir nämlich ein Herz noch dazubekommen. Okay, wir haben auf jeden Fall ganz viele Container. Wachen! Okay, das war jetzt okay. Kleine Viecher. Nein. Fuck, ich wollte die... Ich wollte die im Herz mitnehmen. Eins, zwei. So, komm, komm, komm. Ja, gut. Triff noch. Viechlein ist auch. Bald wieder... Ah, jetzt kriegen wir nur Reinschaden, wenn wir da reingehen. Oder? Ja, das geht damit auch. Ja! Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Kannst du richtig vergessen. Helf ab. Okay, wenn wir nach dem Boss einen Satanraum kriegen, dann aber auf jeden Fall... ...wern wir auf jeden Fall uns ein bisschen was holen. Und meine Mors... Da müsst ihr aber auch mal was sagen, ne? Also, ich kann das ja nicht riechen. Also, kann ich schon mal meine Maus hier nicht mal so ein bisschen eklig, aber keine Ahnung. Ich labere schon wieder einen Scheiß, wenn ich schon wieder arm wüsste, und dann labere ich schon wieder nur Mist. Kannst du bitte kaputt gehen? Danke. Ah, nochmal Geld, das ist echt nicht schlecht. Jetzt können wir nämlich in den Shop gehen, hätten... Ach, wir haben einen Schlüssel, okay. Wollte gerade sagen. Wir haben ja einen Schlüssel. Oh, ich mag euch nicht, ihr seid richtig behindert. Ich könnte mich jetzt mit jedem Display wieder darauf aufregen, dass ich behindert sage, aber irgendwie sage ich es trotzdem, weil ich das so ekelhaft mit dem Wortschatzengel... ...schlichen hat. Das ist ja, das brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt für ein Damage? Ey, wir haben noch nicht vollen Damage, echt nicht? Ne, haben wir nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Damage abbekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Vor allem, warum haben wir nicht den Supergeimer Rom in der letzten Ebene gesucht? Leute, wieso haben wir das nicht gemacht? Komm, ihr Stein, ihr regt mich jetzt ja richtig auf. Könnt bitte der letzte Stein nochmal, danke. Und am Ende ist er doch nicht da, ey. Auch richtig schön gefällt. Na, kann man nix machen. So, dann gehen wir noch darunter. Und gucken mal, ob der hier so ist. Ja, da ist er nämlich. Zwei Pillen. Lockdown, oh, das ist nicht so schön. Aber Pretty Flyer auf jeden Fall sehr geil. Jetzt haben wir schon zwei. Zwei Kanteine. Also wenn jetzt Mom's Coin Pass hier drin wäre, würde ich es mir, glaube ich, holen, ja. Trotz Lockdown haben wir bis jetzt ja ziemlich viele gute Pillen bekommen. Und ja, denke ich... Denke ich mal, dass das hier... Oh, in der Karton. Okay, in der Karton. Okay, sehr cool, ja. Zack. Gehen wir hier rein. Oh, die Spitzhacke jetzt ernsthaft. Oh, scheiß Mann. Hau mal auf dich mit. So ein scheiß Mann mit Spitzhacke braucht doch keiner. Mit Geld, das können wir uns hier wiederholen, denke ich. Okay, jetzt zwei Herzen haben wir. Ui, mit deinem, geil. Wir haben uns schon mal 32. Ähm, die sammeln wir auf und ich laufe hier noch viermal dagegen. Falls das hier nämlich Herzen droppt, dann haben wir ein bisschen was. So. Zack. Na, hat diesmal kein Herzen gedroppt. Okay. Na, egal. Wir haben bis jetzt wieder genug Herzen. Wir haben wieder gut aufge... ...fruscht, sag ich mal. Ui, dann müssen wir durch. Zack. Zack. Und blauer Stein irgendwo? Nein. Oh, Maggie. Oh nein, sie wurde eingefürzt. Das ist aber nicht unser Problem. Oh. Nice. Oh, man ist jetzt auch umgegangen. Ich hätte auch so kriegen können. Los doch, gib uns was. Keine Ahnung. Na, braucht man nicht. Ah, okay, das war nett. Braucht man nicht. Doch, braucht man. Was hat die nochmal gemacht? Wie schwachsinnig. Nein. Weil wir halt in unserem Pferd auf jeden Fall mal. Gut, dafür hat das jetzt sich jetzt eigentlich nicht gelohnt, aber... Naja, wir haben noch genug Münzen. Komm. Komm. Ähm, komm. Und ein Schlüssel. Sehr nice. Ist okay, wir haben jetzt schon viele Schlüssel. Jetzt könnt ihr auffahren wieder. Das reicht für den nächsten fünf Shops. Oder doch noch. Und Helfer. Ja, soviel zu Luckdown noch. Ah. Lol. Ja, okay. Hätten wir eigentlich so sparen können jetzt. Hätten wir uns für den Boss aufheben können. Wollen wir das für einen Boss noch? Wenn ich so tun muss. Ja, komm. Ja. Nee, ey. Komm, echt. Wie blöd ist das denn, ey? Na, alter, auf die hab ich jetzt gar keine Lust. Nein, nein, nein. Geht bitte. Scheiße. So, ein kleiner Cut-ed-D-Cut. Nein, wir wollen eigentlich weiterzocken. Ähm. Na, okay. Ach ja, wir waren hier stehen geblieben. Alles klar, musst du mich erstmal wieder reinfinden. Mit Camtasia sind Cuts ja sehr viel einfacher als in Fraps. Was nicht heißt, er ist Camtasia gleich besser als in Fraps. Das ist nämlich auf keinen Fall zwar. Also bei Camtasia längstenspiele irgendwie bei Fraps nicht. Ich frag mich jetzt nicht, warum das so ist. Also kann auch sein, dass es jetzt ein Vorteil ist und ich... Jo, jetzt Camtasia beschimpft habe. Ja, endlich. Wollte grad sagen. Was? Nein, nicht ihr, alter. Nicht ihr, alle, nur nicht ihr, bitte. Oh, ja, was? Voll einfach. Ein bisschen Page. Keine Ahnung, was das macht. Von daher... Ne, wir laden unsere Färten drauf. Können wir lieber noch ein paar andere Räume. Ein Geheimrums noch mal finden. Die Citrusfrucht, die braucht man jetzt nicht. Geheimrums-Tieren nicht. Ne, du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. Boah, ist dir gut, alter. Fast, ne? Fast hätte er uns gehabt. Neun. Neun, wie behindert ist das? Nein. Ich will ja nicht die Maschine kaputt sprengen. Neun. Scheiße. Ich hab gedacht, wir hätten Cancer bekommen, wenn wir uns wahrscheinlich sowieso nichts gebracht hätten. Aber erstmal... Nur um das mal klarzustellen. Ähm. Boah. Boah. Äh. So, wir holen den noch weg. Und jetzt holen wir dich hier noch weg. Hat doch gut geklappt. Jetzt haben wir auch unsere Dingshüter. Haben noch mal Hälfte ab. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, den Rauf. Den Geheimrum auch. Boah. Würde ich gerne machen, aber ich behalte mein Pferd ein. So könnte man zwar noch in die Isaac-Ebene schmuggeln, aber... Aber... Jetzt hab ich auch nicht wirklich Lust drauf. Äh, schon Lust drauf, aber ich möchte mein Pferd mitnehmen, weil das macht... Erleichtert echt ziemlich. Nehmen wir noch einen Shop. Alles klar. Den kann man natürlich gut gebrauchen. Zack. Ein paar Bomben und dann ab und shop. Kommt fast sehr nice. Ähm. Und... Nehmen wir noch irgendwas mit Schlüsselhammer eigentlich noch. Na los, wir treuern. So. Haben wir wieder Geld. Ähm... Ne, wir Geld haben wir jetzt nicht mehr, aber doch, wir haben noch Geld. Ich bin gerade total verwertet. Ich bin gar nicht, weil ich es sage, ja. Nehmen Sie mal an, ich übe. Aber ich suche auf jeden Fall noch den... Subi-Geheimraum. Ähm, ich möchte raus. Dann hier oben. Lol. Warum hab ich... Lol. Nicht lol. Komm. Kann es hier mal irgendwo sein? Komm. Auch nicht. Haben wir schon geguckt. Kann der am Shop anschließen? Weiß gar nicht, kann der das? Ich glaub nicht, ne? Wenn doch, dann... Keine Ahnung. Nee, kann er nicht. Oder kann er doch? Ach, weiß ich nicht. Kann sein. Will ich jetzt nicht ausprobieren, weil dann würde ich so lange da dran sitzen. Hier haben wir noch nicht geguckt. Auch nicht. Da und da ist er nicht. Aber ich hab das Gefühl, dass er da oben ist. Komm. Da auch nicht, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo hat denn er ist wohl wieder versteckt, der kleine Dumme? Hier hat man... Hier hat man nur nicht geguckt. Ich würd schon sagen, er weiß jetzt nicht zu zweifeln. Ja, er ist an der letzten Stelle, ne? Na los. Verspür mal noch unser letztes Geld. Auch nix. Aus Power. Seelenherz. Eine Todkarte. Devil, ja, nehm mal mit. Seelenherz. Ich war ja gespannt auf den Cancer, ob ich zum Kriegen bin. Uh, der Sun. Sehr, sehr geil. Nein, ich geb nicht auf. Kannst du auch richtig vergessen. Glaub mal, ein Spear ist besser. Bin mir nicht sicher. Stärke... Ne, wir nehmen das Sun mit. Oder hebt man jetzt für den Nix bloß auf? Ja, würde ich sagen, oder? Naja... Ja, mach mal dann im nächsten Raum. Ich möcht gern jetzt noch ein bisschen was gewinnen. Ja. Da-da-da-da. Ja, wir nehmen jetzt den Teufel mit und dann in der nächsten Ebene... Dürfen wir halt nur nicht vergessen, Sun mitzunehmen. Ja. Hm. Okay, den... Den müssten wir an Two-Hits haben. Schum. Hui. Friess meine Shorts, würde Baratimsen sagen. Aber ich sag, friss meine Bomben. Und gib mir Tiers ab. Sehr geil. Schießen wir jetzt auch schneller? Nicht wirklich. Ikariot brauchen wir nicht. Ich möchte nämlich gerne... Schade, dass man nicht mehrere Karten mitnehmen kann. Das wäre natürlich richtig geil. So, geh mal nach drüben. Nach drüben, in den Osten. Nicht in den Westen, in den Osten. Äh. So. Hier wird uns die Karte nix bringen, ne? Oder? Nope, hier bringt uns die Karte nix. Ha. Hätte ich auch. Gedeckt. Naja. Wo kann ich nicht alles wissen? Oder man wies ja auch nicht. Auch möglich. Alter. 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 Na? Okay. Das musste mich grad richtig... Nee, ich muss den auch mal treffen. Ui. Da find ich mir eh schon leichter zu treffen. Die bucht so hoch um wie die Behinderten. Alter. Warum sag ich so auf dem Behinderten? Ich bin auch... Ich bin doof. Ich bin doof. Okay. Zack. Ja, das Item will ich haben, denke ich. Ja. Natürlich. Ich muss jetzt an jeder Stelle gucken, weil ich mir die Map nicht merken kann. Sonst wäre das ja echt einfach, hier alles zu finden von Heimraum wegen her. So guck ich an jeder, äh, ein paar Mal schaue. Hier unten vielleicht. Ja. Das ist der Normaler. Nicht das? Ja, ist gleich dafür. Und der Ort. Zack, 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 zack. Ab in den Shop. Ich glaub, so bring ich mich irgendwann noch selber um, in den ich rüber. Äh, Bomben, Slayer. Bomben, Läger. Ja, nämlich so meine ich das. Und dann, ich muss selber treffen. Es kann sein, wir können nicht über die Stacheln... Also, wir würden jetzt nicht über die Stacheln gehen können. Da wäre das ein richtig scheiß Raum. Ein richtig scheiß Raum. Komm. Ja. Sehr schön. Und sehr schön. Und sehr schön. Ja, sehr schön. Lol, was... Scheiße, der hielt ja so viel aus, ne? Obwohl, mit unserem Bomben haben wir eigentlich gut Chancen, den richtig gut Schaden zu rauben. Komm, treffen nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jedes Item erklären muss. Ich meine, die, die Isaac zocken, die wissen es und die anderen wissen es halt nicht. Aber es steht ja eigentlich immer unten von da Tears ab. Ey, wir haben so viele Tears ab. Überleg mal, wie schnell wir schießen würden, hätten wir keine Bomben. Weemstone sollte ich mal wieder mitnehmen von einem Kollegen, der das meint, aber... Ne, sorry. Da... Könnte ich jetzt nennen. Nö, lass mal.